Ja, hallo. So, Knistermister, neue Folge. Es ist 13 Grad, wir haben Sonne, die Straße ist trocken, ich laufe amok. Ich warte ja seit Wochen, dass mal wieder einigermaßen gutes Wetter wird. So, und jetzt stehe ich vor einer Ampel. Mr. Ungeduld und Ampel. Ja, okay. Super. Danke. Trinken sollte man auch. Ja, wir fahren das Ding hier erstmal ein bisschen warm. Ist auch so, ohne Mucker anzunehmen, irgendwie einen Hermann zu machen oder was, das Ding springt so an. Knöpfchen drücken, zack, bumm, da das Ding. Wenn ich eins liebe, ist das Technik, die funktioniert. Ich glaube, euch geht das genauso, ne? Jetzt bei dem Wetter, was wir momentan hauptsächlich haben, habt ihr alle langsam aber sicher den Drang, Motorrad zu fahren. Ging mir auch nicht anders. Ich habe mich dann so für eine Zeit ein bisschen mit Autos ausgeholfen. Da kommt auch demnächst noch mal was. Da konnte man mich ja auch sehend. Grausam. Aber es ist immer ein bisschen anonym, ne? Keiner weiß, wer ist das wohl, ne? So. Aber von meinen Bekannten wissen das eh alle, mittlerweile, was ich so treibe, alles. Kann ich mir wohl erlauben. So. Holländer, schnell weg. Gefährlich. Fahrschule, noch schlimmer. Da ist recht dran vorbei. So. Die Reifen sind wahrscheinlich noch voll mit Rötz und Regen. Äh, mit Rötz und was, was weiß ich nicht alles. Hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen abläuft hier. Weil ich habe nämlich im Schuppen auch mal einen Grill. Und da steht auch das Motorrad. Das heißt... Ja, genau. Ja, das wäre cool. Habe ich auch noch nicht erlebt. Aber das habe ich auch schon gemacht, wenn ich Motorradfahrer hinter mir gesehen habe, die gewedelt haben, ne? Jo, Fußgänger. Oh, mit Bär hinten dran. Oh, wird das ja warm hier. Achso, Griffheizung. Verdammte Axt, wie geht denn das aus? Na da. Aus? Hm? 2, 1, aus. Okay. Aus. Äh, nö, 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 nö. Macht der BMW immer hier. Weil der immer manche Stoppzeichen. Ist auch schon cool, dass die Autos das mittlerweile machen, wenn man ein Stoppzeichen sehen, dass sie dann nö, 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 nö machen. Vor dem Stoppzeichen, damit man auch hier anhält. Ich finde das ja ein bisschen bevormundend. Genauso wie zum Beispiel Start-Stop. Das Schlimmste, was gibt es, Start-Stop-Einrichtungen. Die armen Autos, die tun mir echt nur noch leid. Wie kann man denn einen Motor, der gerade erst gelaufen hat, auch wenn er dann schon gerade mal so ein bisschen warm ist, direkt wieder an der Ampel ausschalten und dann nochmal einen Kaltstart produzieren, wenn die Batterie schön voll ist. Das ist mir echt ein Rätsel. Also gesund kann das nicht für jeden Motor sein. Aber irgendwie müssen die Jungs ja ihre Emissionswerte einhalten. Und darum greifen die in die Trickkiste, dass es nur so raucht. Alter, hier ist Verkehr. Ich will weg hier. Ja, das nenne ich schon viel Verkehr. Bei uns in Nordfriesland ist dann mehr wie drei Autos viel Verkehr. Das ist bei euch sicherlich anders. Aber hier ist das ganz furchtbar. Wenn wir hier mehr wie drei Autos haben, dann ist hier irgendwo eine Dose auf oder ein Bus ist angekommen. So bewegt das Ding da. Oh, Alter. Schöne Kurve. Aber phlegmatischer Autofahrer. Da kann man in der Kurve noch... Ja. So, und das Schlimme ist, ich darf jetzt nicht mal an ihm vorbeidonnern wie so ein Irrer. Weil er hat nämlich da vorne gleich eine Blitzanlage. Weil für alle, die aus der Region kommen, ne, an der Brücke steht der immer zu blitzen. Und der ist auch nicht blöd. Der wechselt immer schön den Standort. Alter, macht ja wieder Laune, ne. Ja, fahrt aber auch noch in die Kurve rein da. Oh, nicht. Doch. Meine Fresse. Uns bleibt da auch nichts erspart hier. Ja, Kurve Brems. Warte mal. So, wir wollen das Ding einmal kurz durchpusten, würde ich mal sagen. Machen wir einmal. Eine kurze, runde Autobahn vielleicht, dass wir mal eben das Ding durchgeblasen kriegen. So, und wenn das so bleibt, dann komme ich den ganzen Tag nicht von dem Ding runter. Leck mich an den Füßen. Macht cool. Leck mich an den Füßen. Oh, aber schon windig ist es. Nicht so gut. Ein bisschen Downshift hier. Oh, wie so rote Lampe. Was ist los? Ist hier irgendwas? Ach, sicher wieder 60 im Tunnel. Oh, aber was liegt hier denn wieder auf der Straße? Benzin oder Öl oder Diesel? Man muss mit jedem Scheiß rechnen hier. Ja, Mustang. Ja, da könnte es Schwierigkeiten geben. Das ist ein GT. Das ist der 5 Liter Motorrad. Ein bisschen hauer hat er wohl. Mal gucken, ob wir ihn mit unserer BMW hier noch ein bisschen Parodie bieten können. Ja, er hat da voll den Dampfer an in der Karre. Schwieriger wäre dann bei hohen Geschwindigkeiten, aber sonst kriege ich ihn. Alter, wenn das alles ist. Mehr geht nicht bei dem Ding. Verkauf die Karre, Alter. Ja, nicht nervös werden, draufhalten. Ja. Komm, mit dem Lack. Ach, Mann, oh. Ich dachte, da gibt noch mal Feuer mit der Kiste. Aber ne. Ja, da läuft nicht mit heute. Das Ding wird immer langsamer. Weg. Oh, Mann. Und ich habe gedacht, ich werde noch mal schneller hier. Ja, wir arbeiten gegen den Wind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das bläst ja ganz ordentlich. Also Leute, ich hatte früher mal eine CBR 1000, so einen Sport-Tourer, da fing das Ding erst ab 200 an warm zu werden. Das bringt auch nichts mehr, ich muss nicht runter. So, da fahren wir hier mal wieder runter. Der Kriegschicht funktioniert ja gut, wenn man die Kiste warm hat, dann geht der super. Haben wir überhaupt noch Benzin? Haben wir ja Arme. Boop, 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 boop. Er steht. So vereinzelt sieht man doch schon ein paar Kollegen, die unterwegs sind hier mit dem Bock. Das können wir mal umstellen hier, roh, aber machen wir mal ein Dynamik Pro. Ja, gut. Ist vielleicht doch besser. Vielleicht ist es noch schneller. Und wieder rauf auf die Bahn. Wenn wir mal sehen, da ist aber Rückenwind, da müsste eigentlich ein bisschen besser gehen. Das sieht man ja eindeutig an den Windmühlen, die hier stehen. Das müsste jetzt ja schneller sein. Toi, toi, toi. Jawoll, Rückenwind. Das ist schon besser. Ach, scheiße, Autofahrer. So, der liegt doch gleich viel ruhiger. Und da hat er nicht so Schwierigkeiten. Jetzt tritt er natürlich rein, das war ja klar hier. Ja, dann bleib auch drauf. Nicht einmal. Gas geben. Oh, wenn es von der Seite kommt, ist aber haarig hoch. Also wechselnde Winde ist scheiße bei 200. War nicht lustig. Ah, komm jetzt, mach hinne. Danke. Ah, voll von der Seite. Und Lacken. Das ist sehr viel Seitenwind. Wenn nicht schön. Ah, 226, etwas schneller als letztes Mal. Oh. So, einmal Geschwindigkeitsbeschränkung. So, jetzt klappt das schön mit dem Rauf- und Runterschalten. Das macht ja jetzt gut. Wenn ich jetzt hochschalte. Eins, zwei, drei. Ohne Gas jetzt sogar. Mit nix. So, jetzt schalten wir mal wieder runter, weil hier kommt ja 60. Machen wir gleich mal zwei, drei Gänge. Achtung. Eins, zwei, drei. Geht doch. Das geht doch. Ja, so ein bisschen Tunnel haben wir noch. Und da machen wir noch mal ein bisschen Krach. Und dann beende ich das Video. Und dann fahre ich noch so ein bisschen ohne Bilder. Aber ist schon geil, dass das Ding so anspringt, ne? Ich weiß noch früher, die alten Böcke, die ich so hatte. Was war das ein Mist? Was wollt man denn früher fahren? Batterie leer. Oder irgendein anderer Scheiß. Das ist schon cool. So, Helm auf. Vielleicht kann man ein bisschen was hören. Bock, der schlägt unter einem, ey. Wenn du das machst, da wackelt hier, vibriert der ganze Tank hier. Vibration in the Innenschenkel hier. What geil, ey. Jetzt. Aber du merkst, der gleich läuft da viel freier, ne? Wenn sie einmal richtig Lak gekriegt hat, ne? Der ganze Motorrad läuft anders. Ist das schön. Das ist ein bisschen sehr blendend hier, das stört mich aber, auch wenn ich nicht der Daywalker bin. Jetzt knallt der Aufbau, ganz anders. Riecht man den noch lauter? Das war gerade so mein Gedanke, geht das noch lauter? Das wird irgendwie noch zu leise. Aber ich würde mich auch nicht messen lassen, da habe ich auch keine Lust zu. Weil mittlerweile darf man sein Moped stehen lassen, wenn man eine Messung hatte, die da rüber geht, über das, was am Fahrzeug da entsteht. Da habe ich keine Lust zu. Da weh ich nicht. Aber es geht bestimmt noch lauter. Das ist ja verrückt, also mit 25 oder so hätte ich gesagt, oh, 225, boah, was eine lahme Karre. Da wäre das so gewesen. Das hätte mir nicht gereicht. Aber darauf kommt es bei dem Ding hier eh nicht an. Dafür hat der Bock hier andere Qualitäten, die richtig viel Spaß machen. Das überwiegt dann, ob das Ding jetzt 250 läuft oder nicht. Interessiert mich eigentlich nicht. Weil im Endeffekt ist es immer so, es gibt immer einen, der schneller ist als du. Jo, Leute, dann würde ich mal sagen, oh, Porsche. Wir haben die Runde erledigt und dann sehen wir uns nachher nochmal. Okay, ciao.